Hey und willkommen zur 18. Folge von Sims 4 zusammen mit der Palette. Bewertenden Part und viel Spaß. Leute, heute ist etwas sehr trauriges passiert. Ich habe meine drei Nahrungsquellen verloren und weiß jetzt nicht mehr wohin mit dem ganzen nicht vorhandenen Blut. Und sie waren doch auch deine besten Freunde. Nee, die hatten nicht mal einen Job. So, dann geh ich jetzt hoch. Doch, der eine hatte einen Job. Hey, wir können, ach stimmt, auch einen nahen Krokett vorstellen, ey. Kannst du ihn heiraten? Ich mach den jetzt mal an. Ich heirate den. Das wäre geil. Ich glaube, das geht. Ich bin mir nicht sicher. Früher konnte man kaum mit denen interagieren. Was? Ja. Oh. Geht der drauf ein? Alter. Kennenlernen. Der tote alte Smarty. Helfen schlechte Beziehungen zu kitten. Ach so. Ach komm, interessiert mich doch nicht. Wir mögen uns. Ich kann ihn nicht leerlutschen. Besitz kein Plasma. Ach so. Romantik. Anmachspruch. Oh, Alter. Du und der Tor. Vorgebnisse Beißen. Nee, dann bekommt er Angst. Ja, das ist nicht gut. Aber er hat doch gar keinen Platz. Oh, oh, der tot. Oh, was? Beschämt. Nein, er... Er hasst es. Über Sonne... Okay, okay. Ich... Auf Wiedersehen. Nein, warte nach Tagfragen. Also das läuft nicht so mit dem Tod. Ja, nee. Über Politik streiten. Nein, oh Gott. Was macht der Typ immer noch bei uns? Keine Ahnung. Ach, Clara geht. Tschüss, Clara. Fotos teilen. Was? Er hasst mich. Das Ding ist, wenn ich immer mal sterben sollte, hoffe ich, dass er mich verschont. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, mittlerweile wird er mich eher wegtreten. Der holt dich früher. Oh, bitte. Oh, bitte. Nein. Nein. Über ein Kompliment, bitte. Du musst doch irgendwie... Was stimmt denn nicht mit dir? Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, du Auganter. Tschüss, Tod. Och, Mann. Wir suchen's bald wieder. Oh, Jade geht's nicht gut. ... als Zuckergabe darbringen. Wen haben eingesetzt? Oh, Gott. Jade platzt vor Vorfreude. Ihren Nachwuchs zu sehen. Oh, Gott. Warte mal. Bevor das passiert, muss ich mal ganz kurz noch mal ein bisschen üben, ne? Baby im Krankenhaus bekommen. Ja. Mitmachen. Ja, mitmachen. Ins Krankenhaus voll. Ja, mitmachen. Ja, klar. Wir kommen alle... Oh. Nein. Der kann doch nicht wahr sein. Ich bin nicht bei der Geburt des Kindes dabei. Aber warum hat der denn aufgehört? Warum bin ich denn... Ich klicke mich an und ich bin ja der Einzige, der hingeht, oder was? Stimmt. Wie doof ist das denn gelöst? Der war wahrscheinlich noch einer mitkommt. Ach, Mann. Kannst du mich holen? Oh, was? Kaleb? Du bist der Arzt? Das ist seine normale Gestalt. Ich glaub so, haben wir den schon mal so gesehen? Mann, kannst du mich irgendwie holen? Oh. Mehr Auswahl. Vampir? Miniel, es wäre vielleicht von Vorteil, wenn du dich um Jade kümmern würdest. Ja, ja. Ja, okay. Baby im Krankenhaus bekommen. Oh, ja, ja, ja. Ins Krankenhaus von. Ach so, nee, das... Mitmachen. Mitmachen, ja. Ja. Und jetzt, bitte. Hallo? Nein, wieso drückst du denn wieder auf dich? Warte, ich guck... Ja, ich... Ich hätte Angst, dass ich jetzt vielleicht weggehe. Okay, mitmachen. Und? Aslak. Kommst du mit? Oder geht's nicht? Aslak. Okay, ja gut, dann... Ab ins Krankenhaus vielleicht. Ah, an Empfang anmelden. Was? Ach, du hast... Du hast arbeiten? Hä? Jade war arbeiten? Was sind das denn für Nachrichten? Ich weiß es nicht. Und was mach ich da? Was mach ich? Ich spiel gerade. Kann ich hier streamen? Alter, als ob. Ich geh... Ich geh ins Krankenhaus und stream erst mal ne Runde. Ja, schön, dass du mitgekommen bist. Ja. Gerne. Sammel dich an. Ja, sie hat ihn. Sie... Ui, Jade. Hallo. Ich stream hier gerade. Viel Spaß mit deinem Kind. Sie rennt durchs Bild. Wohin gehst du jetzt? Kann ich irgendwie... Bist du gescannt? Dill? Warum? Es geht doch um die Geburt. Ja. Weshalb? Nein! Das ist Röntgenstrahlung. Ach du heilige. Was... Was tun sie jetzt mit ihr? Was stimmt denn nicht mit dem Spiel? Hallo? Sicher, dass der Typ qualifiziert ist? Ich hab das Gefühl, das ist irgendwie... Was ist das für ein kranker Laden? Ich weiß es nicht. Oh Gott! Nein! Sie wird mit Lasern beschossen! Das ist ein Kaiserschnitt! Also... Ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Also... Das ist irgendwas... Ganz, ganz komisches. Bringt Baby zur Welt! Ja, aber da musst du doch dabei sein! Oh! Ja! Es ist ein Junge! Ja! Vorname! Ein Stammhalter! Okay! Es ist... Menuel... Nein! Menuel, hör auf! Bitte! Es ist mein Kind! Wie willst du es denn nennen? Warte, random? Zack! Nein! Es soll... Es soll... Aslak Junior! Nein, es muss auch irgendwie... Nein, 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 nein! Aslak? Nee! Wir können das ja so machen! Wir nennen es... Ähm... Weil der Nachname ist ja... Menuel... Aslak! Nein, 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 nein! Der Nachname ist Aslak! Und der Vorname ist... Ähm... Junior? Paluten... Junior... Wie... Nee! Nee, nee, nee! Nachname ist Paluten! Gib Nachname Paluten ein! Was? Okay! Ja, Nachname ist Paluten! Ja? Weil meine heißt ja auch Aslak Paluten, oder nicht? Nee, Palu... Pedizel... Aslak... Heißt du! Echt? Ja, okay, dann muss... Nein, nein! Dein Vor... Genau! Dein Vorname ist Aslak! Dein Nachname ist Pedizel! Ach ja, ja, genau! Dann ist der Nachname Pedizel! Okay! Pedizel... Und der Vorname ist... Aslak... Menuel... Spass! Ja, Aslak Menuel! Nein, nicht Spakkanuel! Ding Dong! Nein! Warte mal! Spakalaka... Auch nicht Spakalaka! Spakalakanuel! Spakalakanuel! Nein, wir nennen ihn... Spakalakanuel! Nee, ist schwer! Wir nennen ihn Aslak Junior Menuel! Was? Das geht doch gar nicht! Doch! Aslak Junior Menuel... Ma! Ach, Mist! Ja, dann müssen wir... Dann müssen wir... Ich möchte gerne auch dich da mit reinbringen! Weil du bist dein Partner! Aslak L Junior? Ich meine, ich bin Menuel L Jackson! Also... Ja, okay! Das passt! Aslak L Junior! Okay! Sehr tolle Name! Was ist es? Dein Kind! Ah! Aslak L Junior! Oh! Oh Gott, ist es... Was? Und was machen wir jetzt damit? Ach Gott, ist so schön! Hier, was machen wir jetzt damit? Hier, was machen wir jetzt damit? Der hat eine Banane ist eine Affe! Genau und direkt wieder schlank! Alles klar! Oh, Jane! Oh! Ah, wie ist sie eine kleine süße Frau... Erziehungs Level eins... Ah! ô! Oh Gott! Ich hab'isch試k kunt! Ja gut! Ich hab'isch verloren! Ach, sie достиht sich jetzt die Hände... Oh! Ich wusste nicht mal, dass es ein Ding ist... Oh Gott! Sie ist ganz kaputt! Ich stream'er gerade noch! Ja.. was macht sie jetzt? Hä?! Uh! Was ist der Hölle? Jetzt sind wir einfach wieder Zuhause?! Wahrscheinlich! Ich werde mich nie um das Kind kümmern. Aber es ist doch auch... Du bist Paten, Onkel. Kann das im Keller leben? Nein! Nur da leben. Ich mache da nichts. Nein, es soll nicht. Vielleicht sollten wir irgendwann umziehen. Sollten wir... An diesem Haus kleben zu viele Erinnerungen. Wo ist denn jetzt das Kind? Ich weiß es nicht. Hallo? Hä? Hä? Da! Da links neben dem Bett. Ach, da! Da ist es. Ich kann es verkaufen. Nein! Was zur Hölle? Nein! Schaut auf mein Kind. Für 150 zu verkaufen. Nur? Nee, können wir das... Kann ich... Nee, nee. Ich glaube, das sollte eher neben das Pumperding. Weil... Ach so. Neben der Trainingsstation. Weil nachher schreit das und dann schlaf ich. Ah, ja, ja. Stimmt. Das wäre suboptimal. Voll Egoist. Alter. Nein! Ja, ist alles gut. Hier, sag mal kurz dein... Warte. Jetzt ist da echt so ein... Aslak L. Jr. Pedizel. Aslak Pedizel. Ja, es passt aber. Jetzt heult das immer die Bude voll. Können wir nicht ein separates Haus dafür bauen? Nein! Reden. Pst. Ui! Das ist das erste, was du mit ihm machst. Du brauchst auch ein Kind. Nee, ich muss streamen, Alter. Ach, warte mal. Das ist eigentlich mit meinen Punkten. Das Bedürfnis nach Spaß sinkt nicht mehr. Sozialbedürfnis sinkt nicht mehr. Ich denke, das ist bei mir gerade am wichtigsten. Ja. Und noch ein Bedürfnis weg. Easy. Ach, Aslak. Einfaches Leben. Die Aslaks zusammen. Er steht da jetzt und gammelt. Meiner streamt, genau. Aufgabe erfüllt. Alles gut. Okay. Und deine Frau... Oh, du liest mein Buch? Ja. Mit Flasche füttern. Genau. Liebkosen. Hüpfen. Grimasse schneiden. Was ist bei mehr Auswahl? Älter werden. Was? Warte mal. Nein, 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 nein. Nicht älter werden. Nein! Warte mal, wir machen nicht jetzt so einen erwachsenen Mann. Komm schon. Ich glaube, der kriegt dann irgendwie der verpasste Skills. Ja, ist doch gut. Ja, der knackert. Der wird jetzt doch echt nasenack. Ja, wer 30? Ach, Gott. Oh, Gott. Kleinkind, Alter. Was? Will ein Merkmal. Ach so. Heikel. Nein, nein, nein. Stifter, die oft weinen. Er ist ein Charmeur. Neugierig, anhänglich. Ja, komm. Du bist ein Charmeur. Nee, nee, warte. Stopp. Mit anderen zu kommunizieren? Warte mal. Nee, das kann nervig sein. Da muss er mal viel labern. Ja, nee. Nee, nee. Die Welt in der Endes klingt doch gut. Da! Och, Mann. Und was machen wir jetzt mit der... Kann ich die verkaufen? Ja, jetzt kannst du sie verkaufen. Oh, na lauf doch. Ja, komm, na komm, ihr feine Junge. Mehr Auswahl. Sprechen beibringen. Ja. Kann der noch nicht sprechen. Prüfen? Was überprüfst du denn, ob es laufen kann? Ob es gesunde Zähne hat? Kinderbetreuung. Baden. Er soll mal sprechen lernen. Beibringen. Oh, ja. Danke zu sagen. Das ist echt so ein süßer kleiner Fratz. Friff Crude. Friff Crude sogar. Okay. Was? Und jetzt frage ich mich gerade, ob ich irgendwas mit ihm machen kann. Essen geben. Mehr Auswahl. Gemein. Nee. Okay. Du wolltest ihn leerlutschen? Ja, ein bisschen. Ach so, das habe ich ja ganz vergessen. Das wurde bei dir doch gezeigt. Vampir. Da. Aber was ist das? Plasmafrucht erstmal kaufen. Ich kaufe mal fünf. Bisscher. Wütend. Was? Undankbar. Auch weil es gelernt hat. Beißen. Brabbeln. Nee, er muss gezüchtigt werden. Ach so. Ich glaube, P. Diesel muss man mit ihm... Weil er kann ja nicht das ermutigen. Ich muss irgendwie... Die Leviten lesen. Ja. Da. Okay. Nicht hauen, aber Leviten lesen. Genau, aber erstmal kurz was beibringen. Und ich pflanze ein paar tolle Sachen. Ein Basispaket. Ach so. Essen. Okay, wie viel bringt das? Aber du willst ja auch eine platzieren. Du hast... Ist das dein Ernst? Das bringt ja fast gar nichts. In Welt platzieren. Genau. Nein. Nein, was tust du denn? Was tust du denn? Junge. Kannst du mal bitte aufhören? Oh, Bewegungsfähigkeit erworben. Jetzt legt er das da hin. Brauche ich dafür irgendwas? Vielleicht muss man ein Blumenbeet an? Ja, es kann ja eben. Das kann gut sein. Ich esse die mal eben alle. Kurz mal reinschauen. Da. Pflanzentopf. Packen wir das da hin? Zwei Stück? Drei Stück? Also, dass es jetzt nicht geht, dann verstehe ich das nicht. In Welt platzieren. Jetzt geh bitte nicht wieder in dein Haus. Ich glaube, man hätte Pflanzen drücken müssen. Oh, nee, es ging ja nicht. Nee, es ging ja nicht. Tatsächlich krass. Er macht es einfach alleine. Und was machst du jetzt damit? Oh, Lektion Kleinkind. Pflanzen. Bloß ein hilfloses Kleinkind. Betreuer und andere Sims des Haushalts müssen sich um ihn kümmern. Du musst unbedingt ins Bett. Ach, du. Ach, nee. Was ist das denn? Lohm. Ja, aber wie kann ich dich denn ins Bett bringen? Ins Bett bringen geht nicht. Ach so, ein Kinderbett. Ah, okay. Das macht Sinn. Wir brauchen echt ein neues Haus, Mann. Hey. Ja. Ja, ja. Ach so. So. Das ist jetzt dein Raum. Aber warte mal, ist es nicht sinnvoller? Geht das nicht? Nee, das macht... Perfekt. Doch, doch. Guck. Die kann rein. Ist doch schön. Und jetzt kann er endlich ins Bett gehen. Ja, bring dein Kind mal in die Haie, ja, Bubu. Hallo? Boah, darf ich einmal deine Frau fragen, ob die... Nein. ...nur fragen. Ich frage. Um Erlaubnis fragen. Oh, bitte, Jade. Sag nein. Bitte sag ja. Bitte sag nein. Lass dich nicht von dem Typen einlullen. Ach, aktivieren. Das muss ich aktivieren. Jade, Jade, sag nein. Das vampirische Laufen. Das vampirische Laufen. Jade, sag nein. Bitte, bitte. Komm. Jade. Snaps? Ja! Ja! Auf keinen Fall. Verpiss dich. Und ich hab's aktiviert. Oh ja, vampirische Herlaufen. Zeig mal, was du kannst. Ui. Lass dir eine Pizza liefern. Stimmt. Das würde sogar gehen. Warte mal. Wo geht das denn? SMS, reisen, Service engagieren, Pizza-Service. Ja! Ja, richtig. Ja, und das kannst du ja dann auch noch essen. Ja, tip top. Das ist es. Ja, deinem Kind geht's gerade besser als dir, oder? Nee. Geht's nicht. Boah, nee, der muss irgendwie... Alter! Ja, ja, er macht's jetzt. Nur für klein... Ah, das steht da explizit dran. Okay. Oh Gott! Jetzt schnell... Oh nein! Der arme Junge! Was ist das denn? Was ist das denn? Ach, Mann! Weck ihn bitte auf und bring ihn ins Bett! Was ist eigentlich aus der Pizza geworden? Also... Stimmt! Hä? Aslak braucht doch keine Pizza! Nee! Kann der jetzt mal bitte kommen? Oder weil 4 Uhr ist? Aber das ist doch egal! 24-7-Pizza! Ja! Service! Pizza ist schon unterwegs! Das dauert echt so lange! Oh, Aslak Junior und Aslak sind so eben beste Freunde geworden! Was ist denn hier aus meinem Buch geworden? Wo ist denn das? Liegt's da immer noch? Oh, man merkt, dass ich verheiratet bin. Warum? Weil ich auf Klo sitze und Jade macht sich fertig. Ah, da ist der... Ey, was macht das denn da? Weiß nicht. Weiß nicht. Kommt der jetzt mal? Nee, das ist nicht normal. Der... Der... Hat einfach keine Lust. Stufe 8. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Ja, ist ja klar, wenn meine Pizza nicht kommt. Ich hab Durst. Ich muss dich bald nötigen, ne? Nein! Dann geh irgendwie in die Stadt oder so. Warte! Wir mögen uns doch! Nein! Geh weg von mir! Wir mögen uns. Wir mögen uns. Das kann ich ausnutzen. Plasma. Und ich frag dich. Nein, Pidiesel, tu es nicht. Bitte, bitte sag einfach ja. Tu es nicht! Bitte. Bin ab! Nein, nein, nein. Sag nein, sag nein, sag nein, sag nein. Sag nein! Nein! Du hast nein gesagt. Ach, Mann. Auf keinen Fall. Blöde Snitch. Aber warum denn? Und warum stinkst du so nach Scheiße? Ich weiß nicht. Ich muss doch irgendwas machen. Lieferant, hallo? Ich find das unfassbar. Ich werd so eine schlechte Review schreiben. Da warte ich seit... Wie lange warte ich jetzt schon? Seit acht Stunden? Dreckschweine. Oh, ich hab nen Tag überlebt. Ui! Ach! Belohnungsstore. Oh! Warte. Merkmale. Ich kann mir richtig geile Sachen kaufen. Oh! Einige Sims haben keinen besonders großen Appetit. Ja, ist die Frage, aber ob das... Beiß... Ja, eben. Das weiß ich nicht. Aber laut dem, was da steht, auf jeden Fall. Aber das wollte ich doch unbedingt bauen. Alle Fähigkeiten schneller aus. Ja. Okay! Dann bewerte den Part. Schaut in die Videobeschreibung. Da sind wir beide verlinkt. Wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge wieder. Tschüss! Bis dann!